Also, Frankfurter Theater und Karnevalclub und 1898, die war und 4 cm und erzähl mir mal, was ihr macht. Also wir sind ein Karnevalsclub, wir haben drei Tanzgruppen und man sieht ja unseren Stand im Hintergrund. Wir sind immer sehr viel auf Straßenfesten vertreten, wir laufen beim Frankfurter Umzug mit. Wir trainieren mit unseren Tanzgruppen auf Feste hin, auf Freundschaftsturniere, genauso wie auf die ganze Faschingszeit. Unser Verein ist ansässig im Riederwald hier in Frankfurt. Wir trainieren in Enkheim jeden Mittwoch und unser Insta-Name ist 98er Frankfurt. Dankeschön. Auch mal sagen. Unser Insta-Name ist 98er Frankfurt. Dankeschön. Vielen Dank. Also, vielen, vielen Dank. Gerne.